Glauben Sie, wir bekommen nächstes Jahr einen neuen Bundeskanzler? Interessiert mich nicht. Mich interessiert eher, dass der Kanal von LW97 wieder existiert. Alles andere ist mir egal. Hä? Wer? Entschuldigen Sie mal Herr Lanz. Erstens heiße ich Schröder und zweitens sind Sie schlecht informiert. Schande über Sie. Schande über Sie.